Wer steht hier vor Ivar Ragnarsson? Bist du Sigurds Dränger? Avargo? Avar, wenn du weitermachst, wird der Boden dränkig. Ein bisschen Farbe schadet nicht. Wer sind die? Alle Späher haben sich wie Bauern gekleidet. Mutig, sehr mutig, diese kleine Gestalt. Es gab eine Zeit, da traf man sich auf dem Schlachtfeld und niemand träumte auch nur davon, Späher zu schicken. Und nun schüttelt man Hände und schließt Bünde. Nicht mein Ding. Sag bloß. Ich mag sie schreiend und wimmernd und stinken vor Pisse. Guter Junge. Du bist frei, Sachsen-Schwein. Wüte wieder durch die merzischen Felder. Ich hätte es ihm leichter gemacht. Folge mir. Ich führe dich herum. Ich führe dich herum. Ich führe dich herum. Vielen Dank.